Hallo, ich stehe hier wieder in Henningsdorf und erfreue mich des tollen Wetters und dem herrlichen Ausblick hier auf den Niederneuendorfer See. Wir haben hier eine Doppelhaushälfte von 2015, sehr gepflegt, mit einer hochwertigen Ausstattung, tollen Garten, alles automatisiert, eine Garage mit elektrischem Tor. Einfach ein tolles Haus mit tollem Grundstück. Man sieht hier auch eine Ecke, wo man sich schön hinsetzen kann. Für die Kinder ein Trampolin, eine Schaukel, alles was die Familie so braucht, um gewünscht zu sein. Ach, ist es schön hier. Ich genieße hier mein Espresso und werde gleich eine Runde baden gehen. Zur Badestelle sind es nur fünf Minuten zu Fuß. Was will man mehr? Bis zum nächsten Mal. Das könnte künftig euer Blick auf den Niederneuendorfer See sein. Also fordert schnell das Exposé an, bevor es wieder zu spät ist. Bis zum nächsten Mal.